Hallo ihr Lieben! Heute möchte ich euch an diesen drei Beispielen zeigen, wie der sogenannte Schmetterlingstrick funktioniert. Hier haben wir den kleinen Schmetterling schon abgebildet. Den wenden wir jetzt auf unsere Beispiele an. Und den kann man immer dann verwenden, wenn man mit Brüchen arbeitet, die man zusammenrechnen möchte mit Plus oder sie voneinander abziehen möchte mit Minus. Auch bei gemischten Zahlen funktioniert das Ganze, sehen wir aber gleich. Also immer wenn ihr mit Brüchen unterwegs seid, bei Plus und Minus immer mal an den Schmetterlingstrick denken. Und dann seid ihr schnell fertig. Schauen wir uns das mal an. Wir wollen diese beiden Brüche zusammenrechnen. Dann zeichnen wir unseren Schmetterling mal ein. Von links oben nach rechts unten, den Fühler können wir auch einzeichnen. Diese Zahlen werden miteinander multipliziert. 2 mal 5 sind 10. Merken wir uns oder schreiben es jetzt erstmal dahin. Dann der andere Flügel. Auch diese Zahlen werden miteinander multipliziert. 1 mal 3 sind 3. Dann haben wir hier am Hinterleib noch zwei Zahlen, die auch miteinander multipliziert werden. 3 mal 5 sind 15. Und jetzt haben wir alles, um unseren Ergebnis anzugeben. Die 15, die hier unten entstanden ist, die kommt auch hier unten hin. Und oben sind ja jetzt zwei einzelne Zahlen entstanden. Da müssen wir gucken, was wir hier eigentlich wollten. Wir wollten die zusammenrechnen. Also machen wir das. 10 plus 3 sind 13. Und schon haben wir unser Ergebnis. Also super schnell einfach hier so über Kreuz multiplizieren. Auch hier unten das Multiplizierte hinschreiben. Und ihr habt es. Immer mal noch dran denken, dass man diesen Bruch hier eventuell noch kürzen kann. Also schaut, ob hier gemeinsame Teiler drin sind. Die 13 ist allerdings eine Primzahl. Also da sind außer der 13 und der 1 keine weiteren Teiler drin. Deswegen kann man hier jetzt nichts mehr kürzen. Und das ist unser endgültiges Ergebnis. Dann schauen wir mal im zweiten Schritt. Da wollen wir die Brüche voneinander abziehen. Es funktioniert aber ganz genauso. Wir zeichnen unseren Schmetterling ein und multiplizieren diese Zahlen. 3 mal 6 sind 18. Auch hier den anderen Flügel. 4 mal 5 sind 20. Hier unten nicht vergessen zu multiplizieren. 4 mal 6 sind 24. Und dann haben wir schon alles. Und schreiben die 24 nach unten. Und oben müssen wir schauen, was wir zu tun haben. 18, die vordere Zahl, minus diesmal 20. Also 18 minus 20. Wenn ihr es gerade nicht im Kopf könnt, könnt ihr euch immer so einen Zahlenstrahl aufzeichnen, dass ihr von der 18 20 abziehen wollt. Dann müssen wir hier über die 0 drüber und landen bei minus 2 im Negativen. Also das Ergebnis von hier oben wäre minus 2. Das Minus könnt ihr entweder hier in den Zähler mit reinschreiben oder vor den Bruch. Auch wie ihr wollt. Das ist unser Ergebnis. Im Grunde aber daran denken, dass man eventuell noch kürzen kann, was wir hier jetzt tatsächlich können. Denn wir haben hier zweimal gerade Zahlen. Die 2 ist durch 2 teilbar. Also 2 durch 2 ist 1. Und die 24 ist auch durch 2 teilbar. Also 24 durch 2 sind 12. Und das ist das vollständig gekürzte Ergebnis. Lässt sich auch nicht weiter kürzen, weil hier jetzt tatsächlich eine 1 steht. Und dann kommen wir zum letzten Beispiel mit den gemischten Zahlen, wo wir den Schmetterlingstrick jetzt auch anwenden können. Nur wir müssen gucken, wo. Weil wir können den ja nur anwenden, wenn wir zwei Brüche zusammenrechnen wollen. Und hier haben wir ja noch diese ganzen Zahlen stehen. 2 ganze und 1 Viertel. 5 ganze und 3 Zehntel. Deswegen kann man getrennt davon die ganzen zusammenrechnen. Also 2 plus die 5 und danach einfach die Brüche zusammenrechnen. Falls ihr jetzt denkt, warum kann ich das einfach machen, schreibt die Schreibweise von dieser gemischten Zahl einfach nochmal auseinander. 2 1 Viertel ist nichts anderes als 2 ganze plus 1 Viertel. Nur einfach in so einer gekürzten Form. Dann kommt das Plus. Hier hinten, wenn wir es auseinanderziehen, sind das 5 ganze. Und hinzukommen einfach noch 3 Zehntel. Und jetzt stimmt ihr mir wahrscheinlich zu. Ja, man kann einfach die ganzen zusammenrechnen. Und dann die beiden Brüche. Das heißt, 2 und 5 sind 7. Und die Brüche, die können wir jetzt mal, ich vertausche es mal ganz kurz, weil hier überall Plus steht, kann ich die einfach mal so schieben. Dann haben wir die schön nebeneinander und können unseren Schmetterlingstrick anwenden. Die Flügel werden hier multipliziert. Einmal 10 sind 10. Dann hier die anderen Flügel. 4 mal 3 sind 12. Hier unten die beiden. 4 mal 10 sind 40. Und schon kommen zu unseren sieben Ganzen noch was dazu. Unten haben wir die 40 stehen. Oben haben wir 10 plus 12, also 22. Wir haben einen neuen Bruch raus. Immer noch darauf achten, ob man ihn noch kürzen kann. Und das geht hier schon wieder. Es sind beides gerade Zahlen. Also durch 2 sind sie teilbar. 22 durch 2 sind 11. 40 durch 2 sind 20. Mehr geht da jetzt nicht, weil die 11 eine Primzahl ist und da eben keine weiteren Teiler drinstecken, die auch in der 20 drinstecken könnten. Und dann kann man das so stehen lassen, aber normalerweise schreibt man es dann wieder in eine gemischte Zahl. Also dieses Plus kann man dann wieder weglassen. Das sind dann 7 Ganze und 11 Zwanzigstel. Dann hoffe ich, dass ihr ab sofort super schnell seid in der Berechnung mit Brüchen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut! Jongen, Vielen Dank.